Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zum garantierten Team of the Season Pack, das, wenn das Video rauskommt, gestern erschienen ist. Ich habe Hoffnungen, ich gebe es zu, ich habe Hoffnungen, dass ich ausziehe, aber auch zu den täglichen, täglichen, ja genau, täglichen, wöchentlichen Dots Upgrade und zu einer SPC, die, wenn ich das Video aufnehme, heute rausgekommen ist, wenn das Ganze jetzt gestern rausgekommen ist, EFL Nachwuchsstar der Season. Das ist die zweite englische Liga, da gibt es einen Player Pick, eins von drei, aber man kann alle drei abschließen, es ist dreimal wiederholbar, es läuft in 30 Tagen aus und das Ganze sehen wir uns jetzt gleich einmal an, würde ich sagen, aber bevor ich weiter labere, falls euch das Ganze gefällt, ein Like, Abo, Kommentar, würde ich mich riesig freuen, würde mich riesig unterstützen, also kurz eine Sekunde auf den Like-Button, würde ich mich riesig freuen, wie gesagt, unterstütze mich auch und ja, schnelle Überleitung, hier sieht man auch gleich, was man abgeben muss, ein 83er Team mit einem Team of the Week oder Team of the Season Spieler, ich fülle das Ganze schnell auf, dann sehen wir die drei Spieler, die es hier zur Auswahl gibt, denn ich finde das gar nicht so schlecht, sollte man mitnehmen, alle drei haben ein 90er Rating für hier, 83er Rating mit dem Info oder Team of the Season und ja, es ist 30 Tage wiederholbar, ich würde alle drei mitnehmen, denn es gibt ja auch die Team of the Week Upgrades, da hat man gut dieses PC-Futter im Verein und ja, ich fülle das Ganze jetzt mal schnell auf und dann sehen wir uns die Spieler an. So, das ganze Game Hub ist jetzt nicht das Interessanteste, das sind ganz schnell abgeben, dann haben wir den Player Big U21 EFL, ja, Nachwuchs da, der Season Player Big ist hier und dann gehen wir rein, würde ich sagen, Watkins habe ich auch noch doppelt, der wird nachher eh in die SPC für das Premier League Team auf die Season reingehen, aber hier, 3 zu 1, wir wissen, was drinnen ist, es ist Abder drin, es ist Edwards drin und es ist Grey drinnen und ich muss sagen, ich finde Grey am besten, der hat coole Stats, kann ZM, kann ZM, hat hoch, hoch Arbeitsraten, 4-4 und hat coole Playstyle, hat ja weiter Pass, hat fast alle, oder hat alle Defensive Playstyle bis auf Abdrängen, hat Technical und Press Provement noch dazu, den finde ich relativ, ich glaube, den kann man am ersten spielen, den kann man sich reinhauen in die Startelf, den kann man spielen, ich werde ihn definitiv ausprobieren, also, ich werde den mitnehmen, Edwards, ja, ich weiß nicht, er hat halt nur 78 Kopfball, wie groß ist er, 1,80, ja, ist jetzt mit einem Meter mit Flanken, 1,80 in der IFA, ein bisschen kritisch und ein Abder oder wie der auch immer heißt, sieht eigentlich auch relativ nice aus, facetats alle über 80, kann ZOM, ZM und rechter Flügel, hat auch 4-4, Mittel-Mittel-Arbeitsraten ist Linksfuß, sieht auch eigentlich relativ nice aus, kann man eventuell auch mitnehmen, aber ich nehme Grey mit, wie gesagt, finde ich am besten auch als 6er oder Defensive 8er, coole Playstyle, nehmen wir mit, hier ist er Grey, vielleicht spiele ich in der nächsten Weekend League, einfach mal so zum Testen, ich will mal den Team ein bisschen umbauen und ja, jetzt haben wir hier noch 2 SPCs offen, die werde ich jetzt noch schnell abschließen, ja, das ist noch hier, die werde ich jetzt schnell abschließen und dann sehen wir uns wieder mit den Bags, einmal wöchentliches Dots-Bag und dann zum Premier League Team auf der Season-Bag. So, hier haben wir jetzt die SPC, übrigens, sie kostet 143k, man muss dafür ein 88er-Team mit Info oder Team auf die Season abgeben und ein 86er-Team, muss da tatsächlich ein bisschen was einkaufen, ich dachte, ich habe ein bisschen mehr im Verein und ich habe auch das 83x7 Premier League und Frauenliga von der Premier League mitgenommen, das werden wir auch öffnen, schauen wir, wo wir das Ganze jetzt haben, hier haben wir das, 83x7 Premier League Dots-Garantie und wo ist das andere? Okay, wir haben 31 Bags, das heißt, es wird das letzte sein, ich öffne hier jetzt irgendein Much-Bag noch, der Jumbo Premium Gold-Bag, da wird nichts drin sein, komm, tu weiter, tu weiter, jetzt ist ein Light-Bag auch noch drin, der kommt drauf, das wird abgestoßen, ja, gute Vorbereitung, jetzt habe ich wieder 31 Bags, ja, komm, Gold, Spieler-Bag, klein, irgendwas, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit, jetzt kommen dann die interessanten Bags, du wirst abgestoßen und jetzt sehen wir 30 Bags, ich werde vielleicht noch ein paar Bags öffnen, so unter der Woche, aber jetzt sehen wir alle drei Bags, die wir öffnen, hier Dots-Garantie-Bag, wo alles drin ist, dann das 83x7 Premier League-Bag und dann das garantierte Team auf die Season-Bag von der Premier League und ich würde sagen, wir starten mit, wir starten hier rein, 83x7, ich habe die auf der Web-App einmal geöffnet, weil ich ja nicht zu Hause war und war nie so gut, also schauen wir jetzt einmal rein, vielleicht wird es blau, vielleicht auch nicht, äh, es wird blau, enghörnd, Torhüter, das wird die Dame, die habe ich, äh, nein, erbs, äh, ah, die ist ja, äh, ne, ich bin gerade verwirrt, wer ist das? Es ist Gabriel, den habe ich schon in Rot und in Blau, was mache ich mit dem jetzt, den muss ich abstoßen oder schnell in den SPC reinstecken, eins von beiden, was mache ich mit dem, was mache ich mit dem, ich glaube, ich werde schnell in den SPC reinstecken, gibt's einen kurzen Cut und dann geht's weiter mit dem Bags. Ich habe mich jetzt doch schnell abgestoßen, weil es geht noch 21 Stunden mit der Rückholung und ich kann noch zwei zurückholen, das heißt, ich werde nachher gleich wieder zurückholen und jetzt gehen wir rein in das Stotz-Profi-Pack, wo eigentlich alles drinnen sein kann, was bis jetzt rausgekommen ist und 3 zu 1, komm! Wir haben was Gutes, England, Stürmer, das wird wieder Wadkin, ne? Die Russo, die habe ich auch schon einige Mal gezogen, ja, ja, 91er Rating, was soll ich sagen, habe ich jetzt natürlich auch doppelt, aber die habe ich tauschbar und jetzt kommt das interessante Pack, jetzt kommt das wirklich, wirklich interessante Pack, nämlich das Team of the Season Pack, der Premier League und ja, ich würde sagen, nicht viel schnacken, wünscht mir Glück, drückt mir die Daumen, wenn euch das Ganze bis jetzt gefallen hat, Kommentar, Abo, wird mich, Kommentar, Abo, Like natürlich, wird mich riesig unterstützen, alles andere natürlich auch und ich würde sagen, 3, 2, 1, wir gehen rein mit der Nase, komm, gönn was Spielbares, was ich für mein Team brauchen kann, Brasilien, du, Alter, das ist Alisson und Alisson ist natürlich auch eine Karte, die ich in Rot habe und die ich in Blau habe, denn die werden in meinen Wiger League Rewards drinnen, aber ja, nettes Rating, nettes Rating eingezogen mit einer 94, ja, ich werde Konnotten machen, ich werde Konnotten speziell machen, dann machst du so dieses Video, ich wünsche euch was, haut es rein und ciao, bis dann.